Hi, mein Name ist Jean-Pierre, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Deutschland, aus der Nähe von Bielefeld und ich habe letztes Jahr im September eine Haartransplantation bei der Smile Hair Klinik in Istanbul durchführen lassen. Mit Anfang, Mitte 20 ging es bei mir los, dass ich eben die Haare verloren habe. Mit Ende 20 war es dann so weit, dass es nur noch halbglatze möglich war und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt hätte ich ganz gerne eine Haartransplantation. Auf die Smile Hair Klinik bin ich gekommen, weil ich jemanden kenne, der dort eine Haartransplantation hat durchführen lassen. Und ich konnte den kompletten Prozess von, wie sieht das kurz nach der OP aus, bis hin zu, wie ist das fertige Ergebnis. Und das war einfach imposant, wie gut und wie natürlich das aussah. Und da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und habe den ersten Kontakt zu Haartransplantationskliniken gesucht. Unter anderem eben auch die Smile Hair Klinik. Ich habe noch zwei weitere Kliniken angeschrieben, muss aber sagen, dass ich von dem Support und von der Kommunikation bei keiner Klinik so positiv überrascht war, wie bei der Smile Hair Klinik. Die anderen Kliniken konnten mir simple Fragen, wie in welchem Hotel werden ich und meine Familie untergebracht, wenn wir vor Ort sind, nicht beantworten. Und das hat bei der Smile einfach alles komplett funktioniert. Was dann schlussendlich auch der Grund war, warum ich mich für die Smile entschieden habe. Also, die Kommunikation war generell viel per WhatsApp. Wir haben telefoniert. Ich hatte noch weit vor der OP einen Videocall mit Dr. Mehmet Erdogan, der dann eben schlussendlich auch die Haartransplantation bei mir durchgeführt hat. Und all diese ganzen positiven Punkte waren dann für mich der Grund, warum ich mich überhaupt für die Smile Hair Klinik entschieden habe. Meine Erfahrungen mit der Klinik waren brillant. Also, angefangen vom Transfer vom Flughafen bis zum Hotel, was eben auch perfekt war, bis hin zur Klinik selber, dem ganzen Staff, dem ganzen Support da, den anderen Ärzten, die ich auch habe kennenlernen dürfen. War wirklich alles perfekt. Ich bin morgens abgeholt worden vom Hotel, bin dann in die Klinik gefahren worden mit noch zwei anderen Personen, die ebenfalls in die Klinik mussten. Dort haben wir dann in einem Besprechungssaal eben erfahren, wie das Ganze durchgeführt wird, wie das mit der Anästhesie funktioniert und haben noch so ein paar Vorab-Infos bekommen. Danach ging es dann ins Behandlungszimmer, wo ich eben das erste Mal live auf Dr. Mehmet Erdogan getroffen bin, der dann eben die Haarlinie angezeichnet hat, wie er transplantieren würde. Und auch das war alles wirklich perfekt. Von Anfang bis Ende hatte ich das Gefühl, dass ich in guten Händen bin, dass die Ärzte sich kümmern, dass die Staff wissen, was sie tun. Und ja, dann ging es mit der OP los. Wir haben für uns entschieden, dass ich die erste Waschung der neu implantierten Haare dann eben in der Klinik noch durchführen lassen möchte, was ich jedem nur empfehlen kann. Wir haben das dann dort machen lassen. Wir haben, glaube ich, auf eine Woche verlängert damals in Istanbul. So war dann halt die erste Waschung nach der eigentlichen OP eben auch noch in der Klinik. Und auch das, wirklich morgens wieder vom Hotel abgeholt, hingefahren, die erste Waschung durchgeführt, zurückgefahren. Und dann konnten wir noch ein paar Tage in Istanbul genießen. Das war eben auch wirklich perfekt. Nach der Operation, beziehungsweise eine Woche nach der OP, ging es dann wieder nach Hause. Und auch da sind so ein paar Sachen passiert. Unter anderem hatte ich einen Schockverlust an der Seite, dass hier die Haare ausgefallen sind, wo ich einmal kurz ängstlich war, ob das denn so sein dürfte und so sein kann. Und auch da der Support mit dem Staff. Ich habe Bilder geschickt per WhatsApp. Und ich glaube, 20 Minuten später hatte ich meine Antwort mit, beruhig dich, das ist alles cool. Jegliche anderen Fragen, die ich hatte, wurden auch umgehend beantwortet. Sodass ich auch wirklich nach dieser OP immer das Gefühl hatte, es war die richtige Entscheidung, dass ich bei der Smile Hair Klinik war. Ja, was sagt meine direkte Umgebung darauf? Wahnsinn. Also mein Friseur, bei dem ich jahrelang war, bis eben keine Haare mehr da waren, selbst der sagt, es sei ein Mega-Ergebnis. Es sieht absolut natürlich aus. Es sieht nicht so aus, als hättest du eine Haartransplantation gehabt. Die Haare sind gut angewachsen. Also es ist wirklich komplett perfekt. Und auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, alle sind total begeistert, wie das aussieht und feiern mich dafür. Ich feiere mich selber natürlich auch. Ja, und ich glaube, das Ganze macht mich so ein bisschen, ich möchte sagen, mutiger vielleicht. Man ist ein bisschen selbstbewusster. Man kann als junger Mann endlich wieder eine Frisur tragen. Wie ihr seht, ich habe meine Haare färben lassen. Man ist moderner, man ist aufgeschlossener vielleicht. Also für mich absolut die richtige Entscheidung, bei der Smile Hair Klinik die Haartransplantation durchführen zu lassen. Ich kann es jedem nur wärmsten empfehlen.